Liebe Gemeindemitglieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesen Tagen befinden wir uns in einer besonderen Situation, die besondere Maßnahmen erfordert. Die schnelle Ausbreitung des Coronavirus legt auch in Deutschland weite Teile des gesellschaftlichen Lebens lahm, auch des kirchlichen Lebens. Wir sind angehalten, unsere Sozialkontakte auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Aber gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten würden wir uns vielleicht gern mit anderen treffen, uns mit ihnen austauschen, uns gegenseitig bei Besuchen Trost und Mut zu sprechen. Besonders für Alleinlebende können Sozialkontakte lebenswichtig sein. Die Kirchengemeinden haben alle Gottesdienste und Veranstaltungen in der nächsten Zeit abgesagt. Besuche werden ebenfalls nicht durchgeführt. Daher versuche ich, mich auf diesem Weg an sie zu wenden. Natürlich weiß ich, dass die älteren Gemeindeglieder mit den neuen Medien nicht so vertraut sind wie die Jüngeren. Aber vielleicht ist es ja möglich, dass Kinder oder Enkelkinder oder andere den älteren Gemeindegliedern einen Zugang zu diesen Botschaften oder Nachrichten verschaffen. Die rasante und fortdauernde Ausbreitung des Coronavirus zeigt, wie verwundbar wir sind. Vielen wird deutlich werden, dass man mit einer Lebenslüge lebt, wenn man sich einbildet, dass man das Dasein mit eigener Hilfe beherrschen kann. Wir beherrschen das Leben nicht. Wenn das Coronavirus einmal verschwunden ist, werden viele Menschen hoffentlich den ganz gewöhnlichen Alltag mehr schätzen als vorher. Im Nachhinein sind wir doch froh, dass wir unseren vorhersehbaren, ruhigen, stillen Alltag genießen konnten. Und vielleicht werden wir auch mehr Mitgefühl mit unseren kranken und alten Menschen empfinden. Sie sind zur Zeit am meisten durch das Virus bedroht. Sorge und Furcht sind ja nicht nur schlimme Gefühle. Sie sagen etwas über unsere Liebe. Wenn wir jemanden mögen, werden wir uns um ihn sorgen, um ihn kümmern und ihn auch schützen wollen. Viele Gedanken mögen uns also in diesen Zeiten bewegen. Deshalb finde ich es höchst bedauerlich, dass wir nicht in unseren Kirchen zusammenkommen können, nicht zusammen singen und beten und auf Gottes Wort hören können. Ich lade Sie ein, diese Aufzeichnungen wahrzunehmen, also Botschaften in gedruckter oder hörbarer Form. Natürlich ist das kein Gottesdienstersatz und natürlich ist mir bewusst, dass das eine ziemlich einseitige Aktion ist. Aber ich hoffe, dass wir verbunden sind und bleiben in Gedanken in Gottes gutem Geist. Ich werde versuchen, mich mit regelmäßigen Botschaften, seines Bibeltexte, Gebete, Besinnungen an Sie zu wenden. Natürlich dürfen Sie gern antworten, per E-Mail, telefonisch oder mit Kurznachrichten. Die genauen Daten dazu werden im nächsten Gemeindebrief noch einmal bekannt gegeben. Ich grüße Sie herzlich in diesen außergewöhnlichen Tagen, wünsche Ihnen viel Gesundheit und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Joachim Metten.